Thomas Lambrecht fährt jetzt wieder mit dem anderen Jersey, ich musste mich immer umstellen auf die einzelnen Fahrer, aber am Start habe ich es gemerkt, wer welcher Fahrer Thomas Lambrecht ist, nämlich der Fahrer auf Position Nummer 1, auf Position Nummer 2, das ist der David Molina. Und der dritte Braunfader auf der Position 3, Lutz Vorhoff, Platz 1, 2 und 3 hat der Erich Grabichler danach was mit zu fällen, aber er schaut nicht aus, Position 1, Thomas Lambrecht, Platz 2, David Molina, Platz 3, Lutz Vorhoff.